Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen an Bord, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir wünschen Ihnen viel Zeit mit Ihren Liebsten. Wunderschöne Erinnerungen an Ihre Reisen. Besinnliche Weihnachtstage. Viele Plätzchen. Ein Lächeln. Dass Sie es sich gemütlich machen. Die passenden Ideen für Ihre Geschenke. Ganz viel Ruhe. Zeit zum Bummeln gehen. Oder auf den Weihnachtsmarkt. Zufriedenheit im Herzen. Und dass wir Sie gesund und munter bald wieder an Bord begrüßen dürfen. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten. Und ein frohes, schönes und erfolgreiches 2019.